Zum Entasten verwenden Sie am besten eine leichte Motorsäge. Stützen Sie die Motorsäge wenn möglich auf dem Stamm ab und halten Sie Ihren Rücken gerade. Wichtig ist beim Sägen ein sicherer Stand. Achten Sie beim Entasten auch auf die Spannung der Äste. Hier sieht man das Sägen mit einlaufender Kette. Es ist die sicherste und kraftsparendste Methode. Das Sägen mit auslaufender Kette kostet mehr Kraft, da die Säge hierbei gegen das Holz gedrückt werden muss.